Nein, so geht das nicht, denn auch die Ratte hat ein Herz! Mancher kann es gar nicht leiden, wenn eine Ratte huscht davon. Er würde sie gar lieber fangen, in einem alten Topf aus dem Thron. Er würde das hier dann gerne machen, ein Spieß so wie vor dem Schwein. Darüber kann ich gar nicht lachen, und ich sage, lass es sein. Denn auch die Ratte hat ein Herz, und es tut dir sicher weh, wenn sie über Feuer bräht, oder aus den Wolken fällt der Schie. Denn auch die Ratte hat ein Herz, und es tut dir sicher weh, wenn sie über Feuer bräht, oder aus dem Wolken fällt der Schie. Mancher kann es gar nicht fassen, dass die Ratte schneller ist. Wie die Katzen sowas machen, hätte er dann gern gewisst. Und aus dem Mund kommt schon die Spucke, Rattenfleisch ist delikat. Doch ich sage, lass es bleiben, auch wenn man großen Hunger hat. Denn auch die Ratte hat ein Herz, und es tut dir sicher weh, wenn sie über Feuer bräht, oder aus den Wolken fällt der Schie. Denn auch die Ratte hat ein Herz, und es tut dir sicher weh, wenn sie über Feuer bräht, oder aus dem Wolken fällt der Schie. Denn auch die Ratte hat ein Herz, und es tut dir sicher weh, wenn sie über Feuer bräht, oder aus dem Wolken fällt der Schie. Und das ist ein Herz, und es tut dir sicher weh, dass die Ratte hat ein Herz, und es tut dir sicher weh, wenn sie über Feuer bräht, oder aus dem Wolken fällt der Schie. Untertitelung des ZDF, 2020